Du kannst vom Glück reden, dass ich schon wach bin. Boah, du bist echt die Beste, danke. Bitte sei nicht sauer. Bitte nicht. Ähm, ich mach dir später eine Memo, weil Milan ist jetzt wach und ich muss jetzt natürlich alles wie schneller machen. Aber wieso denn später eine Memo, dass du mir jetzt deine Ansage machst oder wie? Genau schreibt sie einfach. Jetzt hat die das auch noch gepostet, Alter. Mann, jetzt krieg ich gleich einen Anruf von meiner Mutter, ich weiß sie jetzt schon. Auch Fragen könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden in den nächsten Videos zwischendrin mal drauf eingehen. Memo von Jenny. Jetzt gibt's Stress. Wie sieht's bei dir Donnerstag aus? Kannst du ihn von Donnerstag auf Freitag nehmen? Würde das gehen? Ich hab geschrieben, von Donnerstag auf Freitag geht nicht. Und dann hat sie geschrieben, why? Und jetzt schreib ich, da hab ich ein Date. Da flippt die aus. Miststück, da hätte ich dir was erzählt.